Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Die Kinder sind mittlerweile in der Wohnung kaum noch zu bremsen und räumen wirklich alles leer. Lieblingsspielzeug? Kabel. Und alles, was aus Metall ist und glitzert. Und je älter das Kind, desto höher die Bedürfnisse. Aber müssen's deshalb schon Weihnachtsgeschenke sein? Lass das mal die Papas machen! Zum allerersten Weihnachten tut's doch einfach Geschenkpapier als Geschenk. Was, wie, ihr schenkt ihm nur Geschenkpapier? Na klar, er liebt Papier. An das andere kann er sich eh nicht erinnern. Lass das mal die Papas machen! Denn Papas machen das gut! Und komm gar nicht hinterher, das Spielzeug wieder wegzuräumen, was aktuell doch ganz schön in Benutzung ist. Womit spielt dein Kind? Es spielt mit allem, was es in die Hände bekommt. Ich sag's dir. Es ist auch völlig egal, wie's aussieht. Ob das nun eine Plüschgiraffe ist, ob das irgendwie ein Holzauto ist, ob das ein Hund aus was weiß ich für Material ist. Nein, es tut auch gerne mal ein Stück Küchenrolle. Oder immer noch sehr beliebt ist das Handy. Jetzt mit acht Monaten kann man natürlich schon mal über ein Smartphone nachdenken. Nein. Also, sobald dieses Display leuchtet, gehen die Händchen nach vorne und anfassen, anfassen. Also, es will einfach alles anfassen. Also, das Handy habe ich Ida neulich mal gegeben. Da war das Display dann aus, weil sie es unbedingt haben wollte. Was hat sie damit gemacht? Eingespeichelt. Ja, sie hat einfach drauf rumgekaut. Ja. Also, ich hab dann irgendwie den Moment einfach gehofft, dass mein Display so ein, wie heißt er, so Panzerglas hat, ja. Und sie hat einfach drauf rumgekaut. Hat es dann aber auch relativ schnell sein lassen, weil es schmeckt, glaube ich, noch nichts. Es ist glatt, es passiert nichts, ne? Ja. Und die Bazillen, die da dran sind. Ja, man nimmt sie überall mit hin, ne? Ja. Aber auch da hat man es ja schon zu, nur Hygiene und Kinder mittlerweile ist einem ja, also mir ist relativ viel Wumpe. Man kommt ja gar nicht so schnell hinterher. Also, wie gesagt, ja, Ida spielt auch mit praktisch allem Spielzeug, was sie in die Hand bekommt. Manchmal muss es gar kein Spielzeug sein. Sie kann sich auch, und da bin ich jetzt ein bisschen stolz auf mein Kind, eine halbe Stunde mal beschäftigen mit, ja, mit was sie eben gerade gefunden hat, ja. Und da sie mittlerweile ja immer noch nicht krabbelt, auch noch nicht droppt, aber sich so durch die ganze Wohnung kullert, kommt ja auch an Dinge, die sie sieht, die sie unbedingt haben möchte. Und weil sie das dann auch interessant findet, macht sie dann auch ewig dran rum, ja. Also, wir haben so einen Korb, da ist alles Spielzeug drin. Und zwar das, was wir von Geburt an bekommen haben, was wir zwischendurch mal gekauft haben, das war echt wenig. Und was wir zum Beispiel zur Taufe bekommen haben, aber dieser Korb, der ist so, wie du mal sagen, so 40 Zentimeter Durchmesser, rund und ein bisschen größer vielleicht, der ist echt voll, da ist einiges drin. Mittlerweile so ein paar kleine Bücher aus Stoff gibt es ja, oder so ganz, ganz dicker Pappe, oder was ja? Genau, ja. Die quietschen und knubbeln zum Anfassen und so ein Kram, ja, das ist alles in einer Kiste. Und sie rollt sich dann dahin, also über die Seite sozusagen, bis sie da ist, landet auf dem Bauch und kann sie mittlerweile wenigstens aufstützen, sodass der Kopf nach oben geht, zieht diesen Korb so nach unten, das ist kein Fest, das ist so ein flexibler Korb, sodass sie reingucken kann. Dann wird sie erstmal alles angeguckt und dann wird einfach alles ausgeräumt. Ja, es ist schon so, also wir haben ja auch schon mal über Kindersicherungen im Haus oder in der Wohnung gesprochen, das glaube ich brauchen wir dann sehr bald, sobald sie noch mobiler wird auf alle Fälle, weil sie wirklich, sie will alles ausräumen. Also das macht unser auch, sobald er irgendwo drankommt und das macht er nun relativ fleißig, ich habe es schon erwähnt, er robbt sich nach vorne, inzwischen geht er sogar schon auf die Knie in diese Krabbelhaltung, da kommt er zwar noch nicht vorwärts, er macht dann immer so mal vor, zurück mit dem ganzen Körper, aber immerhin, es geht schon auf die Knie und das Krabbeln dürfte der nächste Schritt sein. Was da sehr beliebt ist, sind momentan irgendwelche Schnüre von Lampen oder Steckern, also wir haben so eine Stehlampe, da ist eine Schnur dran. Jedes Mal, du kannst das Kind auf den Boden legen zu seinen Spielsachen, es dauert keine 30 Sekunden, rob, 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 rob. Oh, ich habe hier wieder ein Kabel in der Hand, ein Kabel, seht Leute, seht, aber auch wie so ein Triumph und dann wird da dran gewackelt und ich habe es ja erzählt, einmal ist auch schon die Lampe auf ihn draufgefallen, also Schnüre, Kabel, das ist momentan seins und an wirklichem Spielzeug geht momentan nichts über so eine Pyramide, ganz einfach, da sind so Kringel drauf, so ein Draufstecken, die wollte ich neulich mal aufräumen und da habe ich nicht die richtige Reihenfolge der Größe der Kringel erwischt, ja, da war das Kind schlauer als ich. Also die sind momentan sehr beliebt, diese Pyramide zum Aufstecken und wir haben so zwei Würfel geschenkt bekommen, da sind, ja, Instrumente draufgeklebt, jeweils ein halbes Instrument auf dem einen Würfel und ein halbes Instrument auf dem anderen und wenn man diese Würfel, also die Instrumente richtig zusammendrückt, die zwei Würfel gegeneinander und dann ist da das komplette Instrument, dann macht es, aus diesem Instrument spielt jeweils alle meine Entchen. Ach schön. Ja, da ist eine Trommel und eine Trompete und ein Klavier und je nachdem und das liebt er, selbst wenn er sich in Rage geschrien hat, diese zwei Klötze vors Gesicht, alle meine Entchen spielt, heile Welt. Und es schnallt auch schon alles so, was er tun muss. Ne, also das müssen wir noch machen mit den Würfeln, aber das ist sehr spooky, also da sind so kleine, ja, Elektroden oder so Magnete dran, auf jeden Fall müsste da so Elektrokontakt muss da sein zwischen den zwei Würfeln und neulich war es sehr gruselig, das war Gott sei Dank nicht an Halloween, da nahm er nur einen von diesen Würfeln in den Mund, zutschte dran und dann ging das Ding aber trotzdem los, obwohl gar keine Kontakte miteinander erinnert. Ist er etwas erschrocken? Ne, er fand das toll, was weiß ich, vielleicht ist er immer etwas geladen oder so, auf jeden Fall hat er selbst mit diesem Würfel Musik gemacht, obwohl man eigentlich zwei dazu braucht. Wobei ich da sagen muss, da ist unser Kind auch noch Kartoffeln, ne? Wir haben auch sowas ähnliches, die hatten bei Mami Kreisel, hatten meine Freundin, so ein Ding von Obal. Ach ja, der Obal, zum Greifen mit diesen Löchern drin. Genau, das ist ja wie eine Riesenmarke, da gibt es ja alles von, ja? Sie hat so ein Obal-Spieltrapez, allerdings mit vier Füßen, also wie so eine kleine Kuppel ist es dann mit so vier Füßchen, wo man verschiedene Dinge von Obal oder eben andere Dinge da ranklemmen, kletten kann. Zum Beispiel kleine Spiegel oder kleine Plüschtierchen oder andere Dinge, die, sag ich mal, die Aktivität anregen, ja? Die zum Randfassen, Ausprobieren anregen. Ich glaube, das Ding heißt sogar irgendwie so. Also es ist verschieden kombinierbar, dass das Kind sozusagen jeden Tag theoretisch eine andere Kombi an knallbunden Zeug haben kann. Und das finde ich bei Obal so ein bisschen komisch. Das ist schon alles ein bisschen ADHS, was die machen. Kann ich leider nicht mitreden, weil wir haben tatsächlich nur diesen Anfangsball, genau, also den eigentlichen O-Ball. Aber der ist auch schon quietschebunt. Ja, der ist quietschebunt. Und alles andere, was die produzieren, unter anderem auch die Matte, die unter diesen Spieltrapez liegen, ist wirklich knallbunt, ja? Also wir haben uns immer auf dezente Farben gesetzt, dass man wirklich das bunte Spielzeug auf der Decke wenigstens finden kann. Nee, bei denen ist wirklich alles, also krass. Und wir haben dann auch mal die Hälfte erstmal wieder abgeschraubt, damit das Kind jetzt nicht völlig überfrachtet wird und schon so. Da liegt das, macht sie übrigens manchmal, wenn sie etwas sieht, unbedingt haben möchte oder total aufgeregt ist, sich freut, dass zum Beispiel Papa nach Hause kommt oder die Atmung schneller. Na gut, aber da war in diesem Paket vom Mami-Kreiseln mit diesen ganzen Oma-Sachen war auch so eine Art Musikbox dabei oder was. Da muss man zwei Knöpfe, glaube ich, auf einmal drücken oder dem Löwen irgendwie auf die Nase und hinten noch den Schwanz ziehen oder sowas. Etwas, bei dem das Kind eben ausprobieren muss, bis der lustige Ton rauskommt, ja? Man kann auch hinten so einen kleinen Schalter umlegen, den finden allerdings nur die Eltern, dann reicht's, wenn man draufhaut, dann brüllt das Teil schon los, macht irgendeine grausliche japanische Musik oder so. Also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber vielleicht auch als Servicetipp nach draußen. Mit acht Monaten sind ja jetzt unsere beiden alt. Im Prinzip ist es egal, welches Spielzeug. Die beschäftigen sich einfach mit allem. Und das habe ich gemerkt, vor allem mit Dingen, wo sie schon ein bisschen Kraft aufwenden müssen. Also wo man wirklich irgendwie so stark dran ziehen kann oder was man irgendwie wedeln kann, so zehnmal in der Hand hin und her. Also das ist momentan mit acht Monaten das Nonplusultra so. Schon das erste Kräftemessen. Ich würde auch eher sagen, Spielzeug wird zur Nebensache. Andere Dinge werden jetzt interessanter, die man einfach so sieht. Bei denen man auch vielleicht sich denkt, oh, die Erwachsenen benutzen das. Ja, ich will es auch haben. Ich will es auch probieren. Nicht nur essen, sondern eben auch was, was sonst so in der Wohnung rumliegt. Ich will da dran ziehen. Ich will da irgendwas mit tun. Und da bräuchte es aktuell, finde ich, gar kein großes Spielzeug. Klar, es gibt so Dinge, die schlau gebaut sind, die dann knacken, knistern, kullern, Spiegel dran oder was, mit denen sich die Kinder vielleicht länger beschäftigen können. Deswegen sind die ja auch so gebaut. Wo irgendein Trick dran ist, den die rausfinden können. Das ist wie, glaube ich, wenn man mit dem Hund irgendwas zuspielt. So ist es wirklich, ja? Ja, es ist wirklich wie beim Hund. Du kannst dem Kind irgendwas hinwerfen und es geht danach. Also nicht gehen, aber trotzdem, es will es haben. Bei den Schnüren und Kabeln, da wollte ich nochmal einhaken, das ist bei Ida ganz genauso. Also sowas wie, du hast sie auf dem Arm und hast in deinem Hoodie oder so, hast du so ein Bändel drin hier für die Kapuze. Das wird rausgezogen, bis es draußen ist. Da wird also alle Kraft ausgewendet. Und du kriegst sie auch nicht weg davon. Wir haben ja jetzt so eine kleine Wollschnur, so ein Ding zusammengefummelt und das an den Kinderwagen noch angehängt. Das ist das Beste, ja. Da wird die ganze Zeit dran rumgeschlabbert, dran rumgezogen. Die braucht dann nichts anderes, muss ich sagen. Es kann so einfach sein. Und wie du auch schon gesagt hast, wirklich alles das, was irgendwie Mama und Papa regelmäßig machen, da scheinen sich diese Kinder derart einzuprägen. Also ganz beliebt sind auch hier Fernbedienungen. Weißt du, Papa sitzt dann immer auf der Couch und hat immer dieses Ding in der Hand und dann drückt er da drauf und dann geht irgendwas an. Das will ich aber auch mal. Und du darfst die Fernbedienung nicht auf dem Tisch liegen lassen, wenn ich dann gleichzeitig den Leo hier mal auf der Schulter habe zum Einschlafen. Und er sieht aus dem Augenwinkel die Fernbedienung. Keine Chance mit Einschlafen. Dann will er die nochmal anfassen. Ja. Ida kullert überall hin mittlerweile. Ich glaube, das, was Leo robbt, kullert Ida rum. Die kommt in jeden Winkel der Wohnung. Ist es wirklich so? Wenn du mal zwei, drei Minuten irgendwie sie aus den Augen gelassen hast, neulich lag sie unter der Couch. Unter der Couch. Was sie tut ist, auf dem Parkett geht das natürlich, wenn du auf dem Bauch liegst, kannst du sie natürlich leicht drehen. Und dann nimmt sie tatsächlich Arme und Beine so ein bisschen nach oben und mit einer Hand schubst sie sich dann so lange rum, bis sie irgendwo anders kullert. Sie robbt nicht, nein. Sie dreht sich in eine Richtung, sodass sie weiter kullern kann und dann durch diese Bewegung irgendwo landet. Zum Beispiel eben unter der Couch, wie sie das geschafft hat, ich weiß auch nicht. Denn sie nimmt ja trotzdem den Kopf und alles hoch. Amnesie hat drunter gelegen. Oder unter einem Stuhl, wir haben so Stühle im Wohnzimmer mit so Streben. Das sah fast aus, als ob sie Klimmzüge macht. Sie hat sich mit dem Kopf und dem Oberkörper unter diesen Stuhl manövriert und es dann mit den Händen daran hochzuziehen. Ja. Dann ich mir, Kind, krabbel doch mal. Es kann doch nicht so schwer sein. Und Kraft hast du anscheinend genug. Wir haben so ein Teil aus Holz in diesem Spielzeugkorb. Das ist eigentlich erst für Kinder, die ein bisschen älter sind, mit so Draht oben dran und Perlen drauf, sodass du dir so drüber schubsen kannst, wie so eine kleine Perlenachterbahn. Das ist schwer. Da ist ja ein richtig großer Holzklotz unten dran, damit du das eben hinstellen kannst, wenn das Kind oben schön die Perlen hin und her schubst. Das wuchtet die da raus, ne? Ja, klar. Mit ausgestreckten Arten. Das ist dir völlig egal. Wenn sie das mal für ordentliche Dinge, wie zum Beispiel Robben oder Krabbeln benutzen würde, diese Kraft. Ach, das kommt alles. Und wenn sie sich jetzt schon irgendwo hochzieht, also das macht Leo ja auch, egal ob am Sessel, wo so eine Strebe ist, mit beiden Händen dran und dann der Oberkörper rauf. Das dauert nicht mehr. Wir waren ja bis vor einer Woche noch bei der Physio, weil wir einfach nochmal 10 bekommen hatten vom Kinderarzt. Das war ja am Anfang wegen Hüfte nochmal und weil sie so ein bisschen schief war und so. Und die hat natürlich jetzt an der Stelle, an der alles so weit okay war mit dem Kind, hat sie dann natürlich geguckt, wie weit ist sie? Die krabbeln, ja, muss jetzt noch nicht in dem Alter, aber so Vierfüßlerstand zum Beispiel, das wäre schon gut. Das hätte sie halt gerne noch gesehen. Was, Vierfüßler? Vierfüßler. Also im Endeffekt auf Hände und Knie. Ach so, alles klar. Oder so nach oben, wie eine Brücke oder sowas. Denn tust du das nicht, wirst du nicht krabbeln können. Ist ja logisch. Das heißt, du musst die Knie ja irgendwie so mit Kraft zusammenkriegen, dass der Poppes nach oben geht, sonst kommst du dir ja schlecht voran. Denn tatsächlich mit Händen sich weiter bewegen, wie Leo robbt, das macht sie nicht. Also die Physiotante hat gesagt, das wäre schön, wenn sie das könnte. Hat uns ein bisschen so unter Druck gesetzt gefühlt, muss ich wirklich sagen. Da haben wir gedacht, okay, wenn die das jetzt schon sagt, die ja normal gesagt hat, ach, alles gut. Aber ich glaube, sie hätte es einfach schön gefunden, bevor wir jetzt die letzte Anwendung haben, dass sie das eben noch kann. Hat uns aber auch ein paar Übungen gezeigt, wie zum Beispiel so eine Art Schuhkarton kannst du hinstellen. Du hast eine Decke drüber, dass sich das Kind da nicht dran stößt. Und dann legst du das Kind mit der Brust sozusagen oben drauf mit den Händen. Dann ist Ida dann zum Beispiel sehr aufgerechtet und kann auf diesem Schuhkarton mit irgendeinem Kram spielen. Und dann nimmt sie automatisch hinten die Knie und die Beine zusammen, weil sie dann ja schön aufrecht da drauf stehen möchte. Und unser Kind faul, hat auch die Physiotante gesagt, sie will sich dann wieder wegkullern. Also sie ablegen, nicht nur ablegen, sondern auch rumkullern auf dem Rücken, weil sie faul ist. Weil sie das natürlich anstrengend findet. Ja, das wird alles noch. Also das Baby hat sich zum Beispiel bei uns neulich, hat es sich über mein Schienbein gerobbt. Es wollte zu einem Spielzeug auf dem Boden, mein Bein lag aber im Weg, ist es einfach über mein Schienbein drüber. Ihr habt aber so einen kleinen Kraftprotz auch. Ja, ich weiß auch nicht. Und vielleicht hat er auch Eisenmangel, weil wir haben so einen Sessel mit so einer Eisenstrebe unten. Oder meine Frau hat noch so einen kleinen Schlitten, wo meine Puppe drauf saß. Hat sie als Deko im Wohnzimmer stehen. Und da ist vorne auch so eine Eisenstange drauf. Und einmal am Tag geht er zu diesen Eisenstangen und lutscht dran. Also vielleicht sollte man ihm einfach mehr Spinat geben oder sowas. Er muss jetzt kein Eisen essen. Ich habe wirklich hier das Gefühl, das wird so ein Bud Spencer oder irgendwie so ein Bösewicht aus James Bond hier, der Eisenbeißer. Also ja, er hat auf jeden Fall Kraft, will Eisen essen. Und ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Mag Ida aber auch gerne. Also gerade so kalter Löffel. Kalter Löffel, super. Oder alles andere, was aus Eisen ist. Da wird dran rumgelutscht. Ich glaube, das ist einfach, weil Metall relativ kühl ist und das gut tut im Mund. Darf ich da aber als Gluckenpapa kurz einhaken, bei welchen Gelegenheiten benutzt ihr denn Eisenlöffel, beziehungsweise die ganz normalen Löffel für das Kind? Damit sie drauf rumbeißen kann. Ach so. Also wir füttern sie nicht mit Eisenlöffeln. Gut, ich wollte gerade sagen, weil, ne, wenn der Eisenlöffel da gegen das Glas und das wird beschädigt, ne, so ein Breigläschen und so weiter und dann sind da so kleine Splitter drin, deswegen soll man nur Plastiklöffel in diesen Breigläsern nehmen. Deswegen? Ich habe gedacht, weil das so einschneidet im Mund? Nö. Ne, ist natürlich auch ein Argument, weil die einfach, ja, etwas schärfer sind an den Kanten, ne, aber hauptsächlich damit in dem Breiglas nichts abplatzt, wenn man mit so einem Metalllöffel dagegen schlägt. Das erste Mal war es tatsächlich im Kretaurlaub, die griechische Tavernenwirtin. Wahrscheinlich schon zwölffache Mutti, ich weiß ja nicht, weil es war eine gemütliche, aber cool, auf Zack irgendwie. Und sie hat Ida, weil die dann natürlich ein bisschen rumgequengelt hat, als wir gegessen haben, einen großen Löffel gebracht. So einen schönen großen Löffel, kalt, außer Schublade sozusagen. Und die ist schon so, uh, da kann sie sich ja, äh, ist das gut? Und sie so, ach ja. Natürlich, ja. Wir haben dann einfach mal geguckt, was passiert. Das ist ja manchmal auch nicht schlecht. Dann hat die den erstmal mit der breiten Seite reingestopft, was nicht schlecht ist, weil sie sich den dann ja nicht bis hinten durchschieben kann. Und sie fand das super. Dann hat die so Viertelstunden lang auf diesem Löffel rumgekaut. Ja. Also einfach nur der blanke Löffel. Dann hat sie ihn aber umgedreht und hat ein großer Löffel, einen sehr langen Stiel. Und dann geht das aber auch rein bis in den Rachen. Hat sie sich ein einziges Mal bis hinten reingeschoben und dann so, uh, 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 und hat gemerkt, oh, das ist nicht gut. Und da muss ich mein Kind jetzt mal wieder loben, seitdem kein einziges Mal mehr. Garantiert 20, 25 Mal schon wieder mal so einen Löffel gegeben. Sie tut es aber nicht mehr. Siehst du, da ist unser ein bisschen anders, der macht es beim fünften Mal auch noch. Ja, deswegen hast du ja auch diesen Schaubstoff. Richtig, ganz genau, ja. Der zweite ist jetzt übrigens auch gekommen. Du hast den echt nochmal in klein bestellt? Nein, nein, der erste war ja beim Zoll festgehalten worden und jetzt hat der Zoll ihn offenbar freigegeben. Und jetzt haben wir einfach noch einen zweiten zu Hause. Also ich würde den guten Preis machen. Ich weiß, du willst den nicht. Ja, für mich ja. Ich habe den unten mal ausprobiert. Da hast du ja mitgehabt, ja. Ja, das stimmt, ja. Also mir passt der. Wie viel wiegt ihr da eigentlich inzwischen, wenn ich das fragen darf? Sie haben jetzt schon eine Zeit nicht mehr gewogen, wobei zwei Wochen ist es vielleicht her. Das waren so gute acht Kilo. Ah, okay. Dann verwächst es sich bei euch. Wir kommen langsam ran. Wir haben jetzt tatsächlich die 8,0 erreicht. Es ist tatsächlich so. Also sie hat, wenn ich das jetzt, ich meine, da haben wir das mal gehabt, da hatte sie siebeneinhalb Kilo. Das ist aber auch schon zweieinhalb Monate garantiert her. Also sie hat wirklich jetzt in den letzten Monaten wenig zugenommen. Ist aber ganz schön gewachsen. Und hat doch richtig Kraft bekommen. Also da merkt man es wieder. Man merkt auch, sie hat am Anfang richtig aufgeholt. Sie hatte ja das Kilo, was die meisten Babys mehr drauf haben. Wir haben ja nur 2,5 gehabt zur Geburt. Bis sie bei 3,5 war. Das ging ja total zackig. Und dann nochmal. Und noch eins drauf. Und noch eins drauf. Und noch eins drauf. Und das ist ja immer mehr geworden. Wir hatten ja schon ein bisschen Angst. Das kleine Moppelchen. Ja, ja. Also für alle, die erst in den späteren Folgen dazugekommen sind, Ida war wirklich moppelig. Das muss man mal sagen. Aber das hat sich ein bisschen verwachsen. Gerade so an Beinen sieht man es noch. Ja, das ist auch gut. Zum Schluss. Jetzt war sie ja mal eine gute Woche richtig krank. Da hat das, glaube ich, auch schon was gebracht. Weil sie dann auch keinen großen Appetit gehabt hat und alles so gequengelt. Und hat wahrscheinlich auch das Schlucken weh getan. Da war das, glaube ich, gut, dass sie einfach ein bisschen mehr hatte. Aber das hat sich verwachsen. Sie nimmt so zu, aber jetzt nicht dolle. Und ich habe am Anfang, habe ich mal gehört, so nach einem Jahr dürfen die so 10 Kilo haben. Naja, hätte die in dem Tempo weiter gemacht, hätten wir das nach sieben Monaten eben gehabt. Und das hat sich jetzt schon ausgebremst. Das stimmt, ja. Aber gewachsen ist die. Also die kommt mir immer länger vor und immer größer. Also sie ist eigentlich, wenn man sie sich so anguckt, lang und dünn. Wenn man sie jetzt nur nackig sieht, ist da noch genug Fett dran. Aber das ist schon ganz schön groß. Es ist einfach so. Also wir mussten jetzt auch einmal den kompletten Kleiderschrank quasi schon einmal austauschen. Mit den Klamotten, die so nach der Geburt, das ging natürlich gar nicht mehr. Wir sind jetzt bei Größe, was ist das, 74? Ja, und da kannst du alles hier, was 56 und 62 war, kannst du schon weghauen. Kannst vergessen, ja. Also wir haben auch mal gemessen, das ist ja mal nicht exakt zu bestimmen, aber so gut die 70 hat so auf alle Fälle. Also 20 Zentimeter gut gewachsen und das ist so ein ganz schöner Lulatsch. Ja gut, passt auch nicht mehr überall rein. Also unser Baby Björn, diese Wippe da, das ist jetzt ausgereizt, würde ich sagen, der Maxi-Cosi, wird gestößt langsam an seine Grenzen. Da hängen die Füßchen auch drüber. Und da habe ich mir am Anfang gedacht, oh mein Gott, wie kann man so ein kleines Wesen in dieses riesige Ding da reinpacken und das schleudert ja immer hin und her mit dem Kopf und allen den Füßen. Nö, also in dem Fall ist es schon wieder vorbei. Jetzt passt sie ziemlich gut rein. Ich weiß nicht, ab wann man den anderen Autositz nehmen kann, das dauert glaube ich gar nicht mehr so lange, aber das darf man schon ab acht. Also in unserem Buggy-Aufsatz für den Kinderwagen steht drauf, ab sechs Monate. Und normalerweise, wir haben ja so einen Drei-in-Eins-Kinderwagen gehabt, da kann man auch diesen Maxi-Cosi draufsetzen und mit dem Kind einfach wegfahren. Das haben wir bislang immer gemacht. Diese Wanne, die man am Anfang hatte, die haben wir glaube ich wirklich zwei Monate genommen. Dann war das auch schon durch, weil er ja auch nicht liegen wollte. Und jetzt, wir fahren demnächst nochmal in Urlaub für eine Woche und da wollen wir mal den Buggy mitnehmen. Da ist richtig viel Platz dann drin. Also wir hatten ja Drei-in-Eins auch. Zum Buggy haben wir es noch nicht umgebaut. Wir hatten uns ja für den Urlaub so einen leichten gekauft, den man besser zusammenklappen kann als diesen großen Drei-in-Eins-Kinderwagen. Wir hatten am Anfang die Schale, haben wir eigentlich relativ lange benutzt, bis vor drei, vier Wochen auf alle Fälle. Die Babyschale, da hat sie auch noch reingepasst. Aber halt auch so gut ausgefüllt. Wir hatten so eine harte Schale. Wir haben dazu aber noch eine softe, die war damals einfach dabei. Wir haben das ja auch gebraucht gekauft. Also sie hatte sozusagen zwei Schalen. Eine ganz softe, die in Müh größer ist, aber dadurch, dass sie eben weich ist, auch einfach ein bisschen mehr Platz, sag ich mal, hat. Und da liegt es jetzt aktuell drin, da gab es auch noch so einen kleinen Einsatz zu, nur so eine doppelte Schaumstoffschicht nochmal. Das ist jetzt im Winter gar nicht so blöd. Und die kann man umbauen in einen Fußsack für den Buggy sozusagen. Also dieses Kinderwagen kann man dann ja so noch schräg stellen. Genau. Da kann man aus dem Ding wohl noch so einen Fußsack bauen. Also mal gucken, jetzt gerade für den Winter, da wird dann vielleicht doch noch ein Fell rein. Ja, es wird sehr kalt. Also wir hatten jetzt noch keinen richtigen Winter, aber trotzdem so bei vier oder drei Grad draußen, da müssen jetzt auch schon die Fäustlinge an die Finger, sonst frieren die aber ab. Das geht bei uns gar nicht. Keine Chance. Nichts. Also nein. Nein, Finger müssen frei sein. Es ist, da wird so lange dran rumgezerrt und drauf und gekraut, bis alles draußen ist. Nun, wenn die Dinger blau gefroren sind, dann ist es völlig wurscht, ja. Nee, Leo lässt es immer über sich ergehen, der macht dann die Hände wie so zwei Schäufelchen einfach direkt nach oben und rührt sich dann einfach nicht mehr. Wahrscheinlich aus Protest, aber egal, er ist warm. Das ganze Kind rührt sich nicht mehr. Dadurch, dass wir noch diesen Einsatz haben in den Kinderwagen und wir stecken sie dann in diesen Michelin-Anzug, weißt du, dieses Ganzkörper, habt ihr auch so ein Teil, was richtig gefüttert ist, da kannst du dich ja gar nicht mehr groß bewegen. Also der Kopf liegt praktisch, sie guckt nur noch gerade nach oben, weil auch nie mehr viel anderes geht. Sie denkt sich dann auch, okay, ist viel zu anstrengend, sich da raus zu strampeln, aber die Hände. Sobald du die Fäustlinge drauf machst, das geht nicht, nee, von diesen Einteilern werden wir noch mehr brauchen. Wenn wir das Kind in die Krippe bringen, dann willst du es nicht mit fünf Teilen irgendwie an- oder ausziehen. Das ist ja schon zu Hause eine Tortur und dann aus der Krippe wieder abgeholt, musst es wieder anziehen und nee, nee, so Einteiler, perfekt für später. Schon irgendwie, die kann man ja meistens auch schräg einmal von oben nach unten aufmachen. Wie schläft Leo aktuell? Schlafsack oder Decke oder? Er hat noch so einen kleinen Schlafsack um die Beine, ja. Ach, um die Beine, okay. Nee, wir sind noch auf Vollschlafsack. Wir sind jetzt tatsächlich sogar auf einen mit Ärmelchen umgestiegen, weil im Winter, das hätte ich niemals gedacht, trotz allem irgendwie ist nachts im Schlafzimmer ein bisschen kühler ist. Ja, doch, durchaus. Ich habe mir immer gedacht, okay, wenn du die Heizung anmachst, hast du ja wahrscheinlich ganzjährig, außer es ist jetzt richtig heiß im Sommer, eine ähnliche Temperatur, 20, 21 Grad oder was du halt so hast. Nee, das kühlt im Winter tatsächlich runter. Ich glaube, unsere Heizung geht auch irgendwann aus, so ganz automatisch. Das heißt, irgendwann wird es halt nicht unangenehm, aber fürs Baby vielleicht ein bisschen zu kalt. Also meine Freundin hat darauf bestanden, dass wir jetzt mal so ein TOC 3, kennst du das? Ja, also das sind solche Riesensäcke mit so Trägern oben. Nee, TOC ist wohl die Beschreibung, wie warm das Ding hält. Ach so. TOC. Es gibt TOC 1, TOC 1,5, TOC 2,5, TOC 3. Ich glaube, wir haben jetzt TOC 3 und das ist kein Träger, aber du hast einen Schlafsack, der ja normal ohne Ärmelchen ist und da kannst du aber noch solche reinkletten und das ist ganz praktisch. Tatsächlich, vorher war sie immer ein Ticken zu kühl, als wir sie früh aufgeweckt haben und jetzt geht es ganz gut. Sehr gut. Nee, das haben wir noch nie benutzt. Wir haben seit jeher so eine Art kleinen Fußsack. Also der geht wirklich nur bis zur Taille und die Füße stecken drin und das ist auch wie ein Tonbeutel. Wir haben eigentlich jede Nacht so einen richtigen Schlafsack. Das Kind ist dann gewöhnt, da ist das eigentlich auch okay. Mittlerweile liegt sie da ja auch in ihrem Beistellbettchen, das auch schon einen Ticken zu klein wird. Also wir werden jetzt langsam nicht mehr drumherum kommen, sie irgendwann mal umzutopfen ins große Bett. Ja, oh, das wird eine Erfahrung. Ja, genau. Jetzt ist ja auch noch das Gitter an dem Beistellbett wieder dran, weil sie sich ja sonst überall hinkullert mit und ohne Schlafsack ist es völlig wurscht nicht, dass sie nochmal irgendwo rauspulst. Ja, das sind die Abenteuer, die wir so die nächsten Wochen durchzustehen haben und dann geht es ja auch zackig auf Weihnachten zu. Ja, das Kind hat immer neue Bedürfnisse und was liegt da näher, als sich Weihnachten so neue Sachen für das Kind zu wünschen? Machst du das wirklich? Ja, wir haben uns eine Sache von den Schwiegereltern gewünscht und zwar einen, das ist auch noch weit weg eigentlich, aber einen Lauflernwagen. Den haben wir gesehen, da kann man mitspielen. Aber das soll man nicht tun, ne? Was? Da sagen also ganz, ganz viele Ärzte und alle so, nee, kein Lauflernwagen, bitte. Ja, das ist ja im Prinzip auch nur was zum Hochziehen und dann so ein bisschen dran lang. Also wir fanden das auf jeden Fall gut. Ach so, ich habe gedacht, so ein Teil, wo du das Kind reinstellst, wo es dann so rumtippen kann. Weil das ist tatsächlich, da sagen ganz viele böse, böse. Nein. Weißt du, was ich meine, dieses, was von alleine fährt? Ja, nein, um Gottes Willen, das sieht mehr aus wie so ein Rollator. Und das Kind muss wirklich dran fassen an so einen Griff oben und muss dann mit diesem Wägelchen quasi nach vorne ziehen, ja? Alles klar. Und ich wollte dich nicht erinnern. Da habe ich wirklich nur Schlimmes von gehört. Das stimmt. Nee, nee, also diese Dinger, wo man sich dann reinsetzt und früher, ich kann mich noch erinnern, waren diese auch rund und das sah aus wie so ein Käfig und dann steckte das Kind da drin und schob sich mit diesem ganzen Gestell irgendwie durch die Wohnung. Nee, nee, also sowas ist es nicht. Ein Lauflernwagen. Richtig. Wird es vielleicht zu Weihnachten geben. Genau, ansonsten haben wir uns aber wirklich nichts gewünscht, vielleicht nochmal ein paar Klamotten, wenn er größer wird und von uns selbst, von den Eltern kriegt er einfach eine Rolle Geschenkpapier, weil Rascheln und Papier zerreißen, das ist momentan auch sein Highlight und ich meine, die sind dann neun oder zehn Monate, die kriegen doch nichts mit von Geschenken. Sie können sich nicht mehr daran erinnern, außer man macht ein schönes Foto davon und dafür nur jetzt irgendwie einen Haufen Kohle auszugeben, für was, was sie vielleicht wirklich nicht brauchen. Also wir werden auch nochmal gut in uns gehen, was wir auch der Verwandtschaft sagen, Oma, Opa, Uroma gibt es ja noch und so, Tante, Onkel, die wollen alle irgendwas schenken. Habe ich auch gesagt, vielleicht ein kleines Spielzeug, aber bitte, bitte nicht mehr. Und dann ist natürlich die Frage, du kriegst ja trotzdem mehr Geschenk, also es gibt ja trotzdem Kohle fürs Kind oder was, was machst du damit, ja? Dezenter Hinweis vielleicht noch dazu, Weihnachtsgeschenke, die im Prinzip für die ganze Familie sind. Also zum Beispiel, ich denke da an einen Gutschein für eine Nacht Babysitting und die Eltern können sich gleichzeitig mal eine Nacht im Hotel gönnen. Ist nur mal so ein Hinweis. Ich weiß, dass ihr zuhört, liebe Schwiegerelter. Das ist bei uns ja noch nicht so einfach. Also Ida mal alleine irgendwo zu lassen, das ist ja einmal schon so ein bisschen schief gegangen. Ich weiß, ihr habt es da einfach, da sind die Schwiegereltern, das Kind ist anders daran gewöhnt, oder? Ja, also Klopf auf Holz, das funktioniert tatsächlich mit an fremden Orten einschlafen, auch bei anderen Leuten, also bei den Schwiegereltern klar, das ist es nun auch vertraut, aber es schläft auch zum Beispiel, wenn es müde ist, auch noch bei fremden Personen einfach auf dem Arm. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Nee, da ist nichts zu machen. Also wir waren jetzt mal vier Tage zu Hause, verlängertes Wochenende bei meinen Eltern, ja, wirklich röhnt. Oma, Opa, ganz toll gekümmert. Vor allem mein Papa, kuschelt gerne, also das findet sie auch cool. Vielleicht hätte er es probieren sollen. Meine Mutti dann hat gesagt, ach komm, ihr spielt gerade, ich habe mit meinen Geschwistern so ein Brettspiel gemacht, ja, Ida hat da alles gut drauf, da haben sie gefüttert und so, dann sollte die irgendwann ins Bett, war ein bisschen gequengelt, da hat meine Mutti gesagt, ach, ich probiere es heute mal. Und die ist schon so, wir haben gewusst, dass das nicht funktionieren wird, ja. Nach einer Viertelstunde, dass sie sich halt anschreien lassen müssen, kamen sie beide wieder und so, mh, könnt ihr vielleicht doch. Vielleicht war es aber auch wirklich ein schlechter Abend, denn selbst wir haben, glaube ich, noch zwei oder drei Stunden danach gebraucht, um Ida ins Bett zu bringen. Ich weiß nicht, was an diesem Abend los war. Ich glaube auch, sie hat wieder einen ganzen Wachstumsschub bekommen. Sie kriegt jetzt, glaube ich, Backenzähne. Also irgendwas war an diesem Tag oder an diesem Abend merkwürdig. Die ist statt um halb neun oder um neun um elf vielleicht endlich dann völlig in kräftigen eingeschlafen. Wir wissen nicht, warum. Kommt mal vor. Glücklicherweise selten, aber wir hatten neulich auch den Fall, da sind wir auch irgendwie um acht ins Bett gegangen und plötzlich, also man hat schon die Augen gesehen und Leo hat glücklicherweise die Angewohnheit, wenn er müde wird, er reibt sich mit beiden Händen die Augen. Ja, das ist vor Ort. Genau, es ist eigentlich vorbei und dann hingelegt, so das gewöhnliche Prozedere, nochmal die letzte Milch, schlafen gelegt und plötzlich, also als hätte jemand das Licht angeknipst, er strahlt und lacht und dreht sich wieder und denkt, ach, jetzt mach ich nochmal Highlife und dann hat er ungefähr wirklich noch eine Stunde, also nicht geschrien oder sowas, sondern er war einfach wach und gut drauf und das um neun abends und da hat es dann auch eine Stunde gedauert, bis er wieder gemerkt hat, ach, das ist ja doch schon Abend. Sie kriegen einfach mehr mit, sie nehmen mehr auf. Ich glaube, sie haben abends mehr zu verarbeiten und sowas wie, oh, jetzt hat mich mal irgendwer ein völlig Fremdes ins Bett gelegt, das packt das Kind auch noch nicht und das kommt dann alles zusammen. Schwierig irgendwie, also Ida war da auch kaum ruhig zuständig. Nach drei Tagen war die so ganze Spuck wieder vorbei, also die hat doch noch zwei Tage schlecht geschlafen, schlecht eingeschlafen und jetzt ist alles völlig normal, wer weiß, woran das liegt. Wir sind ja auch immer gespannt, was andere Papas so zu berichten haben. Wir laden euch immer ein, zu schreiben an papas-at-antenne-thüringen.de und beim nächsten Mal haben wir uns einen Papa eingeladen, einen prominenten Papa. Genau, weil der Herr Hartmann hatte ja gerade gesagt, noch eine Woche Urlaub macht, ja. Habe ich gedacht, ich rufe mal einen anderen an. Oh, einen anderen Papa, die sind ja fremdgegangen hier. Wollen wir es verhasten? Ja, komm, weil es ist wirklich ein toller Name. Ich freue mich, Michael Schulte ist bei uns zu Gast. Kennen Sie ESC? Ja, da hat er für uns den vierten Platz geholt. Der mit den roten Wuschelhaaren. Ganz toller Typ, haben wir schon mal getroffen hier bei Antenne Thüringen und er hat spontan gesagt, na klar, also mindestens als Urlaubsvertretung kommt er mal bei uns vorbei. Ich freue mich auf ihn nächste Woche. Dann sagen wir, also ich in diesem Fall, bis Donnerstag, Herr Hartmann, schönen Urlaub. Danke dir. Lass das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.